Auf Wiedersehen Und damit Leute herzlich willkommen zu diesem neuen Video Wir sind hier heute einmal bei Ash im Zimmer Ich werde nämlich heute mal ein paar Sachen aus seinem Zimmer klauen Ich werde mal so fünf Sachen raussuchen hier Werd ihr erstmal klauen Und dann sehen wir weiter Leute Also ich würde sagen Ich klaue ihm einfach mal seine Airpods Die darf natürlich nicht behalten Die sind gerade übrigens irgendwie am Hausaufgaben machen Ich habe irgendwie ein bisschen Englisch verstanden Also Airpods starb ich mir schon mal ab Was würde ihm so richtig krass weh tun Wenn es hier fehlen würde Ich muss ihm irgendwelche Sachen klauen Die so richtig fies sind Hat das jetzt im Geheimversteck irgendwie Ah ich habe eine Idee Leute Die Geldbox hier So Die Geldbox nehme ich mit So zwei Sachen habe ich schon mal Und dann würde ich sagen Ganz easy Nehme ich einfach mal sein Handy Das glaube ich dass ich hier Handy nehme ich mir mal mit So kann man sieht man neues Handy holen Was ist noch irgendwie was würde ihm so richtig wehtun Und wenn es fehlt jetzt habe ich drei Sachen Zwei kriege ich noch auf jeden Fall Das ist eine JBL Box Ich mag ja damit auch echt oft Musik Also ne nicht die Musikbox Ich habe was besseres gefunden Ich nehme die Musikbox Der hört halt glaube ich öfter Musik So gehen nehme ich auf die Frau nochmal mit So jetzt habe ich vier Sachen Eine fehlt noch Ich würde einfach mal ganz easy sagen Ich nehme ihm Seine Fernbedienung mit Ob er die vermissen wird Werden wir sehen So die glaube ich auch Und dann habe ich glaube ich jetzt fünf Sachen Geldbox Airpods Handy Musikbox Und Jetzt auch die Fernbedienung Also fünf Sachen sind geklaut So Leute Sachen sind deponiert Joa Oh Gott mir das auch auffallen wird Hey Ash Ich habe mir mal ein paar Sachen aus deinem Zimmer geklaut Wie? Naja ich dachte mir ich brauche ein paar Sachen Habe mir die genommen die ich brauche Und jetzt sind das meine Na? Fällt dir schon mal so auf? Was denn? Was fehlt denn? Oh Weißt du nicht was dir fehlt? Also guck mal Ich habe eine Idee Also wenn du die Sachen nicht errätst Die dir fehlen Dann behalte ich die einfach Okay? Äh Perfekt also Ich würde sagen ein paar Sachen gehören jetzt auf jeden Fall neu mir Jetzt bist du ein paar Sachen los Dann klaue ich auf mich von dir oben Nein komm komm Nein brauchst du nicht Nein äh Brauchst du nicht Hey Du musst nichts von mir oben klauen Äh Hey Hey Was ist hier los? Nichts Er klaut mir Sachen Ich weiß nicht warum er mir Sachen klaut Ne? Er hat die Tür hier zugemacht Ha 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 Max Ich lass mich nicht mehr rein Ne Ich klaue dir jetzt Sachen Hallo Kann ich rein? Nein Hallo 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 Was werde ich ihm klauen? Was werde ich ihm klauen? Also durch diesen Fernsehaufschraub ist das wahrscheinlich sehr auffällig Ö Das ist fein Das ist fein Ich gehe dann hoch zu ihm Diese Maus Diese Äpfelmaus Weil ich die für meine Puppe brauche Okay Was glaube ich noch Also Der Ist so Cool Ja Das ist aber jetzt meiner Der Teddy ist aber jetzt wirklich meiner Ne Das fällt zu Auf Den guckt er hier hin Aber ich nehme einfach mal Ich nehme das Puppe mit mir einfach mit Das wird er bestimmt nicht vermissen Oder Er glaubt nicht Hab ich schon mal zwei rein So ich gehe jetzt noch mal hoch Und guck ob ich da vielleicht irgendwas vergessen habe Was ich mitnehmen könnte So was kann ich hier noch gebrauchen schnell Ähm Tastatur So Maus Die Kopfhörer Die kann ich bohren Ähm Kann man die abmachen Hier Hier ist ein Stecker So Die Kopfhörer habe ich Hier eine Lampe Ähm Äh 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 Vielleicht ist hinterher noch irgendwas Ah Da wunderschöne Schornsteine Ah Hier ist noch eine JBL-Box Und Eine Geldkasette Ich werde jetzt auch noch mal mitnehmen Pfff Ich habe noch eine JBL-Box Die ist auch übelst cool Und die Die findet er nicht Ich brauch die einfach Und nochmal richtig viel Kohle Das findet er auch bestimmt nicht Weil ich das echt echt brauche alles So Max Ich habe jetzt Sachen von dir geklaut Und zwar Ja Das sage ich nicht Ich muss selber herausfinden Aber ich gucke jetzt einmal bei Nia Was du geklaut hast Also komm Ich hätte das nicht machen sollen Ja okay Komm Wir gehen jetzt einmal bei Eichs Zimmer So Max, du weißt was du mir geklaut Du wirst es eigentlich nicht erraten So, let's go Meine Handy lag ja noch geladen Nein, das lacht halt nicht Meine Handy ist weg Hast du bestimmt noch ein Branzen oder was? Meine Handy ist weg schonmal Ähm Es ist noch weg Was ist noch weg? Ob er es finden wird? Musst du ganz scharf gucken was dir fehlt Äh Dir fehlt auf jeden Fall schon mal echt so Mört auf Aber die große Musikbox fehlt ich auch noch Da war keine Musikbox Hier ist eine Musikbox Da war keine Eine größere Eine JBL Äh Da war ich keine Hä JBL Keine Ahnung Ich habe hier nichts rausgenommen Oder vielleicht doch Da warst du Ich habe da nichts rausgenommen Hm Fällt hier irgendwas Also Handy war richtig? Ja die Musikbox auf jeden Fall auch Ähm Ja okay die Musikbox war auch richtig Aber die stand übrigens hier Nur mal so am Randl Zack Eine Minute läuft ab sofort Ich finde mal der Großteil von dem ganzen Ding hier Die Musikbox Äh die Geldbox Was für eine Geldbox? Wieso weißt du das Mann? Weil die Geldbox fehlt Weil die Geldbox fehlt Er hat drei von drei Sachen schon erraten Es fehlen auch zwei Was macht ihr hier? Na ich habe ein paar Sachen gekauft Er muss gerade überlegen was ihm fehlt Hast du überhaupt noch was geklaut? Soll ich die Polizei rufen? Soll ich die Polizei rufen? Ich rufe dir die Polizei Er ist schon lange geklaut bei dir Doch Die Mühe ist um Was? Zwei Sachen Nur eine Minute da versuchen Nein er hat schon ein paar Minuten gesucht Ist dir was aufgefallen? Drei Sachen ja Zwei Sachen fehlen ihm Ähm 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 Ich geh die Polizei rufen jetzt Ich hab's Was? Die Fernseher Für den Fernseher Ja Trotzdem noch eine Sache Aber ich würde sagen Die Zeit 4 von 5 haben wir erraten Eine Sache fehlt noch Ich kann jetzt mal ganz kurz seine Sachen wiedergeben Also Ich muss sagen Das hier hast du super erraten Nein Nehm ich mir einfach mal als Lohn dafür hier Kannst du abend Die Box Hast du auch gut erraten Die Fernbedienung Fade hätte ich gerne gebraucht Und dein Handy Ich hab neue Airpods Neue Airpods So also ich würde sagen An der Stelle habe ich neue Airpods Um 5 Euro So ähm Jetzt kann ich ja mal Ich durfte es nicht raten Es ist mir egal Schiedsrichter Der Kameramann Er hat noch nicht erraten Also habe ich jetzt neue Airpods So ich versagen wir nach oben Da darf ich jetzt mal gucken Oh die sind sogar früh geladen Geil So ab da oben Ne Küche darfst nicht gucken Da liegen die Sachen Aber aus der Küche ist auch nicht geklaut Aus der Küche ist auch nichts geklaut Wo liegen die? Ich muss mal sicher gehen Dass er nicht geklaut wurde Man war wirklich nicht geklaut Da fehlt nicht doch Mein laptop lag hier heute Morgen glaube ich noch Der Lack ist safe Der Lack ist safe Die Lack ist weg Wieso ist hier mal das Licht an? Airpods sind noch da Sieht nichts aus Was fehlen würde Hier habe ich auch nicht geklaut Aus dem Schlafen Der Bad ist auch egal Ich meine was das der Wert von ist Aber oben ist Licht an Heißt oben wird safe irgendwas weg sein Also garantiert Hier fehlt 100 Pro was Irgendwas lag hier doch bestimmt Und ich weiß es nicht mehr Hier fehlt nichts Hier fehlt nichts Das ist da Die Kamera von Asht auch noch da Hätte sich zurückklauen können Die iPad liegt noch hier So hier Die sind auch da Das ist auch da Oh warte kurz Ist auch noch alles da Ach Schulzeichen hättest du mitnehmen können Hä? So Wart mal ganz kurz Wie viele Sachen hast du geklaut? Sechs Sechs? Hä? Also okay Hier fehlt eine Maus Zwei Ja okay Ich weiß Aber Du hast zwei Also die lag eigentlich Hier Sprich jetzt ist die Maus nicht mehr da Äh Laptop war nicht mehr da Hä? Da schaut ein Geld auf Drei Sachen So ich denke hier oben Bin ich fertig Die Kopfhörer Ich bin Ich kann Alle drei sind von oben Wollte grad sagen Ich würde schwören Hier lag noch was Alle drei Sachen Und zwar Alle drei Sachen sind von oben Und zwar lag hier mein Portemonnaie Alle drei Sachen sind von oben So mein Portemonnaie ist safe Lag mein Portemonnaie da Doch 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 Safe Vier Sachen Wie viele Sachen hast du? Fünf hast du gesagt ne? Fünf waren was? Sechs Sechs Okay Portemonnaie okay Also oben ist nichts mehr Was könnte hier noch fehlen Was könnte hier noch fehlen? Könnte ich gebrauchen Könntest du gebrauchen? Ja könnte ich Du brauchst meine App Was wenn du schon zwei hast Ja jetzt habe ich drei Ich weiß nicht was mir noch fehlt So Max Ja Jetzt kommt die Auflösung Und den Rest werde ich behalten Also Bevor du guckst Ich nehme lang Ich stelle dich hier vor den Tränen Ich bin ihn durch Ich bin ihn durch Ich bin ihn durch Ausklapp Ach fehlt mir Pff das ist mir gefallen Den habe ich auch Ja das ist eh nur Kleingeld drin Mein Portemonnaie Mein Portemonnaie Ich denke sie sind wie hochprofessionell wichtigen Top Secret Schlüsseln Genau Die Maus ist auch wichtig Laptop Hada Perfekt Das ist nicht erhaben So das sind vier Sachen ich erhaben habe Aber was fehlt noch? Ich weiß nicht was das ist Zeig Ach komm Ja Okay Meine Die lag safe auch oben Und Guck mal hier Oh Was noch? Ich Nein Nein Das sind meine Kopfhörer Ich sag doch ich wusste da fehlt irgendwas Aber ich wusste nicht was Nein Ey komm Guck mal ich höre jetzt Durch die Musikbox Durch die Kopfhörer Musik Das macht überhaupt keinen Sinn Also ich habe jetzt hier die 5 Euro Und die Airpods geklaut Und die behalte ich jetzt auch Und ich habe die Musikbox und die Kopfhörer geklaut Ich wollte schon eh wieder neue haben Nein eigentlich nicht aber gut Also ich würde sagen Dann kann ich mir gleich die Airpods 11 holen Airpods 11 schon was von gehört ich nicht Also ich würde sagen Das war es jetzt hier von uns Ich würde sagen ich glaube Er ist jetzt besser ausgegangen in der Runde hier So ich würde sagen das war es jetzt hier mit dem Kanal Denn ich habe den nämlich mit geklaut Äh Das war es mit dem Video Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren Hier in der Mitte könnt ihr den Kanal abonnieren Längst und rechne den Schreiber Die wirst ihr euch auch anschauen Und bis zum nächsten Mal und ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal